also wenn ihr welche liebe habt oder so weiter dann achtet immer darauf ob da was drauf ist oder nicht im scheißegal ob die jetzt ob ihr die gerne habt oder nicht das allerwichtigste ist dass ihr den mut habt weiterhin wenn sie euch gerne haben dann kontrolliert das ob ihr die mögt oder nicht mögt das ist eine bewegung und ihr müsst die bewegung aufrechterhalten und das ist richtig egal wenn ihr essen annimmt ob der nett ist oder nicht nett ist schiebt alles auf mich ist mir scheißegal sagte sagt jeder sagt julis text und die sollen das kontrollieren das ist besser dass derjenige das auch kann dass ihr euch weiter bewegen kann so ich bin kein mentor oder irgendwie so sondern einfach ich guck und es muss scheißegal und die laune hier ist hier echt komisch heute gut morgen schlecht